Mit 10 Minuten Verspätung landete der Flieger aus München am Mittwochmittag in Bremen. An Bord Luca Calderola, Werders neuer Innenverteidiger, dessen Transfer sich genau wie sein Flug etwas verzögert hatte. Das Ziel ist nun aber in beiden Fällen erreicht. Calderola unterzeichnete einen Vierjahresvertrag bei Werder. Das geht ja schon mal so glatt wie auch die sportärztliche Untersuchung. Den gesamten Beitrag über den ersten Tag von Luca Calderola sehen Sie bei Werder TV.